Röfo-Podcast In den letzten Jahrzehnten haben uns vermehrt Berichte über den plötzlichen Herztod bei Leistungssportlern erreicht. Nicht zuletzt sind solche Nachrichten für uns immer wieder schockierend, da Athleten gerade für Vitalität, Gesundheit und Stärke stehen und man einen Herztod bei diesen Menschen einfach nicht erwartet. Herr Prof. Kramer, in Ihrer aktuellen Studie haben Sie sich dem Thema der Abklärung von potenziellen Risikofaktoren bei Leistungssportlern mittels kardialer MRT gewidmet. Wo liegen denn die Risikofaktoren bei den Athleten und wie werden diese im Moment diagnostiziert? Zu den häufigsten Ursachen des plötzlichen Herztodes bei jungen Patienten oder eben auch bei Leistungssportlern gehören unter anderem die Hypertrophe Kardiomyopathie oder Manifestationen einer Myokarditis. Die Differenzierung einer hypertrophen Kardiomyopathie gegenüber einem Sportlerherz ist momentan auf Basis der Echokardiographie oder der EKG-Untersuchung nur eingeschränkt möglich. Und gerade bei dem Kollektiv der Leistungssportler oder ambitionierter Ausdauersportler ist das von entscheidender Konsequenz. Zu differenzieren handelt es sich hierbei um physiologische Anpassungsreaktionen oder eben eine pathologische Form der Hypertrophie. Und unter diesem Aspekt bietet die MRT die Möglichkeit hier morphologische und funktionelle Prozesse sauber zu differenzieren. Da insbesondere eine hypertrophe Kardiomyopathie als ein Krankheitsbild natürlich ernst genommen werden muss und nur auf Basis der echokardiographischen Ergebnisse nicht zuverlässig gegenüber einem Sportlerherz differenziert werden kann. Zu welchen Ergebnissen sind Sie bezüglich der Risikostratifizierung in Leistungssportlern mittels MRT gelangt? Bei dem untersuchten Patientengut von 100 Patienten waren doch immerhin sechs Patienten oder Probanden dabei, bei denen wir pathologische Befunde erheben konnten. Das waren konkret zweimal Fälle, wo wir eben Zeichen einer nichteschämischen myokardialen Fibriosierung mutmaßlich auf Basis einer stattgehabten Myokarditis nachweisen konnten. Darüber hinaus wurden bei einem weiteren Probanden ein Pleureguss, ein Perikardeguss diagnostiziert, sowie insbesondere auch bei zwei weiteren Probanden Corona-Anomalien. Corona-Anomalien stellen darüber hinaus ebenfalls ein Risiko für diese Sportler dar, da es hier verschiedene Varianten gibt. Man muss ganz grob unterscheiden zwischen benignen anatomischen Normvarianten, aber eben auch durchaus gefährlichen Varianten. Insbesondere wenn einer der beiden Koronarien aus einer falschen Tasche abgeht und dann zwischen Trunkus pulmonalis und Aorta aszendenz langläuft. Man spricht dann von einer malignen Variante, die insbesondere dann bei vermehrter sportlicher Aktivität die Gefahr einer passagieren oder intermittierenden Myokardischämie verursachen. Sie benennen in Ihrer Arbeit auch die Herausforderung und Wichtigkeit der Differenzierung zwischen einem athletischen Herzen und einer dilatativen Kardiomyopathie. Worin liegt hier die Schwierigkeit und welchen Beitrag kann die MRT dabei liefern? Man kennt das sogenannte Sportlerherz oder athletische Herz. Das heißt, man weiß aus großen echokardiografischen Studien, dass eine vermehrte körperliche Aktivität zu funktionellen und morphologischen Adaptationsprozessen führt. Das bedeutet, der Herzmuskel hypertrophiert unter der ständigen Belastung. Allerdings gibt es hier einen Graubereich, wo es schwierig werden kann, diesen gegenüber pathologischen Befunden abzugrenzen. Ein Sportler stellt sich im Rahmen einer sportmedizinischen Untersuchung vor. Es erfolgt routinemäßig eine Echokardiografie. Die sieht einen normal großen Ventrikel oder einen leicht dilatierten Ventrikel, kann darüber hinaus aber auch eine Myokardhypertrophie feststellen. Und jetzt ist es die Schwierigkeit zu differenzieren. Handelt es sich hierbei wirklich nur um einen Effekt des Trainings, das heißt einen physiologischen Adaptationsprozess? Oder sind unter Umständen hier auch andere Ursachen vorhanden? Das bedeutet, in dem Moment, wo diese Echokardiografie durchgeführt wird und die Hypertrophie aufzeigt, ist es nicht mehr möglich, das sicher zu differenzieren. Physiologische Adaptation, das wäre ein reversibler Prozess, das heißt mit Abnahme oder mit Aussetzen des Trainings kommt es im Bereich von Monaten auch zu einer gewissen Rückbildung gegenüber der Differenzierung pathologischer Befunde, die dann natürlich unabhängig von der sportlichen Aktivität persistieren würden. Hier bietet die kardiale MRT die Möglichkeit, sowohl über die Funktionsanalyse als dann eben auch insbesondere die Beurteilung der Morphologie, unter Zuhilfenahme des sogenannten Late Enhancements, morphologische Veränderungen nachzuweisen, sodass wir sowohl bei dem Krankheitsbild der hypertrophen Kardiomyopathie als auch der dilatativen Kardiomyopathie zumindestens charakteristische Befundmanifestationen nachweisen können, also myokardiale Fibrosierungen, die wiederum nicht bei der physiologischen Adaptation nachzuweisen sind. Vielen Dank für das Interview, Herr Professor Kramer. Herzlichen Dank, kein Problem.